Ihr Lieben, ein großes Dankeschön von uns und ein Zwischenbericht. Es gibt uns, wir haben sehr viel zu tun, ihr haltet uns total am Laufen und es ist grandios mittlerweile, weil wir uns daran gewöhnt haben. Also die ersten Tage waren echt heftig, weil wir waren da gar nicht drauf eingestellt. Jetzt ist hier eine riesengroße Wichtelwerkstatt, eine Packstation. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen echt richtig, richtig guten Job hier und packen, was das Zeug hält und so klingeln die Ohren und das ist wirklich toll, wie ihr uns unterstützt und wie viel guten Geist ihr uns rüber schickt und das wollen wir einfach so weitermachen. Also wir sind da, ihr seid da und das ist das, was zählt und nein, das was zählt ist, dass ihr bitte gesund bleibt und ja, also uns geht es gut weiter so. Musik